Ich war jetzt gerade unterwegs und musste wieder feststellen, mein Helm ist so krass laut. Ich glaube, ich habe einen richtigen Hörsturz. Oh, da solltest du aufpassen, das ist echt schlecht für dein Gehör. Ja, ich weiß, aber wieso sind denn manche Helme überhaupt so laut und andere eben nicht? Es hängt wirklich nur von ein paar wenigen Punkten ab. Zum einen muss das Innenfutter richtig schön am Gesicht anliegen. Der Abschluss muss richtig um die Kinnlinie herumgehen, damit das richtig dicht ist. Und zudem, umso dicker das Visier, desto leiser der Helm. Genauso geht es um die Gummyeinfassung des Visiers. Das macht das Ganze nochmal leise. Und umso aerodynamischer dein Helm ist, desto leiser wird er. Hm, da ist mein Helm wohl nicht so gut. Kann ich denn auch irgendwas machen? Da hilft wirklich nur ein Gehörschutz oder eben ein besserer Helm. Hast du noch eine Frage?